das ist hier so eine art rätsel und zwar können wir hier drauf und zwar so rum schlittern und zwar müssen wir jetzt eben zu ganz nach vorne und ich will auch diese kiste hier haben ehrlich gesagt das heißt es ist sicher wieder sau schwierig aber es sieht gut aus eventuell nicht wirklich oder etwa doch ich glaube es sieht gar nicht so schlecht aus so und jetzt nein knapp wo muss ich denn dahin dafür ich müsste oben nach oben links ein wenig das nützt mich ja nix oder nein das nützt mich ein wenig also wenn ich das so mache dann komme ich wieder dahin aber es ist schon blöd ich habe solche rätsel ohne witz kann nicht ausstehen das war jetzt mal wieder safe was wenn wir hier reingehen so könnte das eher klappen zumindest dass das mit der kiste zu tun hat so safe rosmarin wir müssen nur gucken was bringt uns das wenn wir dahin gehen dahin und nach rechts wir müssen ja schließlich irgendwie dahin aber da kommt mir irgendwie auch blöd hin das ist eine scheiß idee nur witzendig wir müssen noch mal eben kurz dahin gehen wir noch mal eben kurz dahin oh ja jetzt vielleicht nach rechts ne macht ja auch keinen sinn ne oder so in der da müsste ich hin so genau hier ja jetzt schießt ich vorbei ich muss nämlich genau da hin dann würde es nämlich alles kein Problem mehr sein oh da komme ich gar nicht rein haha was für eine ländige scheiße ich hasse solche rätsel ohne witz kann ich gar nicht ab vor allem das hier jedes mal dasselbe shit ja das hilft mir auch wenig da bin ich hier drägelische scheiße drägelische scheiße drägelische scheiße ja das ist schön das hilft uns ja ebenfalls nicht weiter also das beste scheiße war bis jetzt so dahin ich glaube so könnte es klappen ich glaube so könnte es klappen ja das wäre jetzt gar nicht so schlecht glaube ich wenn wir von da oben einfach dagegen ist von links dagegen stoßen der ober ähm der nördlichste stein ist aber dann müsste ich irgendwie da hin irgendwie da hin aber da komme ich jetzt auch nicht hin so jetzt nach oben kommt ja keiner hin nur so naja das hilft mir eigentlich nichts aha ich habe eine idee eine sekunde ich glaube ich habe es ich glaube ich habe es jetzt sind wir nämlich an dem da jetzt können wir so links genau so müsste es gehen so jetzt müssen wir nur noch ein Rätsel knacken ähm und zwar müssen wir diese diese scheißsteine hier drehen und ähm ich schaue kurz nach wie in welcher Reihenfolge die waren bis gleich so ich habe mal eben nachgesehen ähm das könnt ihr eben da vorne da oben machen also genau über uns ist ja diese ähm Aussichtsplattform oder nee da äh da oben rechts hier dieses Aussichtsplattform schaut wo man die ganzen Zusammenstellungen sehen kann beziehungsweise in welche Richtung die Statuen zeigen bei meinem Fall ist es jetzt so dass ähm diese Statue nach unten zeigt wow diese nach rechts so und diese nach links so da haben wir es schon geschafft klack bestehen hier eigentlich der Antoine liegt im Blickwinkel das war der Hinweis zur Öffnung der Tür ist ja 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 wir haben es ja schon so da dürfte der Elementargeist schlummern untertitelung Du möchtest einen Pakt mit mir? Wie lustig. Mal sehen, ob du mich anhalten kannst. Ich kriege mal hier so einen Leuchtfeuer-Cape. Das ist mal einiges besser. Donner-Cape, so passt das alles. Oh, eine Seidenrobe. Habe ich hier schon diese Signorrobe? Ja, die haben wir schon eingebaut. Okay. Hazzur-Band, ein Anmuts-Band hätten wir hier. Dann hatten wir hier ein Engels am Reif. Ne, ein Vitryl am Reif, sogar noch besser. Donner-Cape, das passt. Erdkarte, Eiskarte, Eiskarte. Passt. Dann sind wir mal ready, oder? So, schauen wir mal, gegen was wir überhaupt kämpfen. Öh, Celsius und ein Fenrir. Oh, ist ja süß. Ist ja süß. Ja, aber es ist mal zehn Sekunden bis zu dem Boden. Erreißt es? Viel Spaß. Ein magisches Auge bitte mal auf Celsius. Der Fenrir kann im ersten Mal gestohlen bleiben. Feuer ist, äh, dies, gegen Feuer, äh, schwach. Was, der Hölle, was machen die denn? Ja, komm, los. Geht's im Battle gegen Sassus hier. Oh, was macht die denn? Weg, 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 weg dich. Machen wir gleich mal eine Uni-Attacke. Oh, oh. Verbund, Spezial-Attacke. Bam. Oh, das hat ordentlich wieder Damage gemacht. Ah, ist das fast down? Was denn los? Oh, 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 ups. Steh auf, steh auf, Leute, los. Hallo. Oh, danke sehr, los. Oh ja, mit seinem Feuerschwert vor allem macht das nochmal extra Damage. Sehr gut. So, dürft ihr auch gleich aufgeben. Was, 900? Was, bin ich aggro? Boah, das hat die mich voll aus der Luft genommen. Geil. Dome-Fatze. So, down. Wie war der kleine Scheißhund eigentlich? Aua. Bam. Schön ausgewichen. Ah, noch kurz hier. Den hier. Ich glaube, so viel kann er noch nicht haben. Ich will es nicht noch um magisches Auge dafür verbraten. Ja, komm, China, zau ist wieder irgendeine Kacke. Ah, da haben wir es. Delict der Geister, blauer Quarz, meh, grad. Oh, galt auf jeden Fall. Und XP auch. Ich glaube, jeder hat auch ein Level-Up gemacht, oder? Ja. Zubeleitung gescheitert. Deine Mutter hat auch noch was dafür ausgegeben. Ich glaube, ich glaube, das ist eine Kacke. Ich glaube, dass meine Kacke ist, dass meine Kacke ist, aber ein Sommer's Breeze zu dir. Jetzt, spreche deine Kacke. Eine Kacke, die meine Kraft. Für die Sache von einem Ort, in dem die zwei Worlds nicht mehr müssen sich einschränkern, ich sage, dass du mir deine Kraft hast. Entstanden, benutze meine Macht gut. Jetzt müssen wir alles machen, ist ein Pakt mit Ifrit und wir werden den Maniflow aufbauen können. Okay, wir sind auch auf dich für den nächsten, Sheena. Du hast es! Geil, geil. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Flutsch, 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 flutsch. Was macht denn das Scheißviech da? Ist auf dem Eis. Ist ja auch nicht schlecht. Glaubt sich auch schon ganz schön viel, das Scheißviech. So, ich denke, wir haben hier im Großen und Ganzen alles. Mach's mal schnell, so, ich flutsch mal ein bisschen runter hier, so, flutsch, flutsch, flutsch. Wir dürften eigentlich auch den Tempel jetzt ganz gut abgeschlossen haben, so jetzt Kisten mäßig. Selses Tränen haben wir ja auch. Dann ist ja alles paletti. Hä? Was ist jetzt los? Was zur Hölle? Ein Blitz! Ähm, 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 was ist denn jetzt los? In der Richtung liegt OZ? Stimmt. Was kann das nur sein? Aus diesem Blitz fließt eine irrsinnige Menge von Mana. Oh, w Hammann. Niederspann. Alles klar. Das ist ja der Hände.